Guten Morgen ihr Lieben, wir sind die guten Launeteufelchen und hoffen, dass wir euch ein kleines Lächlein im Gesicht zaubern. Heute scheint die Sonne und das wollen wir genießen, das wollen wir nämlich heute auch machen aus. Ja, guckt mal so, lauf kommt, alle mit drauf, guckt mal, ihr könnt alle sehen, wie hübsch ihr seid. Wir lernen immer muntere. Hier sind jedenfalls eine lustige Bande. Hier, wenn ihr ihre Mutti hört, da wissen die genau, es gibt gleich was, stimmt's? So, erwartet mal noch ein bisschen, geht gleich los, ja, geht gleich los. Pinchy hat immer Hunger, das müsst ihr euch mal alle merken. Ach kommt, kommt. So, na dann sagen wir Tschüss für heute und das nächste Mal kommt dann ein Video aus dem Garten. So, liebe Grüße an euch alle, wir freuen uns auf euch und bleibt vor allem, kommt nochmal alle schnell, zack, drauf aufs Bild, kommt schnell. Ja, ja, ist gar nicht so einfach, ja, ja. Und bleibt alle schön gesund. Ja. So, na dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, ist ja auch zu niedlich. Ach, nicht immer auf dem Schoß, Alter. Guck mal, nochmal schnell drauf, guck. So, guck. So, aber nur wirklich, nur Tschüss. Hey, Tschüss, ja, ihr wollt alle zu Mutti kommen. Gut, nochmals.